Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Bad Wars und ja, was ich gleich mal vorweg sagen wollte, das gestrige Video musste ich leider unternehmen, weil da eine Musik drin war, die ich nicht nehmen durfte, deswegen habe ich das Video gelöscht, weil ja irgendwie kam da irgendeine Meldung, dass man es nicht benutzen darf, ich wusste davon gar nichts. Ich habe gedacht, ja das ist, das benutzt, ja fast, benutzen viele Leute, dachte ich so, kann ich auch benutzen, geht aber nicht, da stellt irgendwas so irgendwie Urheberrechtsmusik benutzt oder so irgendwas und die Musik kann man entfernen, das ging aber nicht, deswegen, dass ich mir so näher lösche ich das Video einfach, weil ich will ja nichts machen, was man nicht so darf, deswegen. Ja, die Folge 13, die wird, die werde ich, soll ich das Video nochmal hochladen oder nicht? Ich glaube ich, ne, die Runden war eh nicht so geil, deswegen. Es wird, in Folge 13 wird es bald wieder gegeben, es kam ja eh vor ein paar Tagen schon, also die Folge 13, die wird es nochmal geben, die wird es nochmal geben. Ähm, also auf jeden Fall, die wird es nochmal geben. Und ja, die werde ich nochmal machen, nicht heute, aber beim nächsten Mal ist das dann die Folge 13 dann, weil jetzt ist, weil das habe ich jetzt gelöscht und ja, weil ich da irgendwas benutzt habe, aber das will ich jetzt nicht weiter ansprechen, das habe ich ja eh jetzt gesagt. Deswegen, die Runde war eh nicht so geil, hat eh vier Dislikes, also ist es mir ja auch egal. Alter, deswegen dachte ich mir so, ja, dann kann ich es auch löschen, wenn es eh so viele Dislikes hat. Vier ist schon etwas krass, bei drei denke ich mir auch so, ist es egal. Danke für das Schwert, aber ich habe schon eins. Der baut sich rüber, genau, den Block erstmal. Ein bisschen einbauen, damit die nicht den Block gleich kriegen. Weil die können ihn gleich kaputt machen, wenn hier jemand herkommt. Und wir spielen Bad Wars, also auf dem Dust MC Server. Spiele ich jetzt öfter auf dem Server, ich weiß nicht wieso, aber ich mag den einfach irgendwie. Alter, hier geht es fast runter. Oh. So, also, ich hoffe, dass die Runde gut wird. Ich habe gerade keinen Texture Pack drin, also ich habe vergessen, eins reinzumachen. Was mache ich jetzt einmal für eins rein? Ich würde sagen, Specs nehme ich mal rein, also 128er Pack, das ist locker gut. Also, wenn ihr nicht so einen guten PC habt, dann nehmt nicht so ein krasses Texture Pack, nehmt einfach 64er oder 32er oder sogar 16er, wenn ihr nicht so einen guten habt. Also, 16er ging bei mir bei einem richtig schlechten PC ja auch. Sieht aber irgendwie geil aus, das Texture Pack. Also, ich mag das sehr. Apfel. Das Texture Pack kennt jeder von euch. Das ist, das kennt ihr eh jeder von euch. Das ist, der Link dazu ist auch in der Beschreibung. Oder der, das steht in der Beschreibung, könnt ihr es einfach von der Seite runterladen. Gibt einfach ein Specs Texture Pack, Download oder so. Dann gibt es eine Seite, da könnt ihr einfach für welche Version und 64er oder 128er auswählen. Also, wenn ihr einen guten PC habt, dann könnt ihr auch dann noch 512, glaube ich, nehmen. Ich habe das nicht probiert, ob das bei mir geht. Ich habe, weil ich habe ja die GTX 960. Ich könnte es ausprobieren, ob das geht bei mir. Aber ich habe schon eine gute Grafikkarte, also sollte schon machbar sein. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Könnte ich mal machen. Weil ich glaube, dafür braucht man einen guten PC dafür. Und das habe ich. Weil, Leute, ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr auch YouTube-Videos macht, Leute, kauft euch einen guten PC. Bevor ihr Videos überhaupt macht. Weil sonst bringt das gar nichts. Weil dann leckt es immer nur bei meinen alten Videos. So war das ja auch so. Also bei meinen damaligen Videos war das halt so, dass es immer gelegt hat. Wenn ich aufgenommen habe, da hat es aber nur 30 FPS, 40, immer nur 60 jetzt nicht. Also 60 waren damals nie drin. Aber jetzt schon. Jetzt habe ich ja 90. Jetzt habe ich eine bessere Grafikkarte. Also, was ich sagen wollte, der Konstantin, der meint halt immer, Minecraft braucht eine gute Grafikkarte. Ja, aber, ich habe mein Video angeguckt, da hat ein Typ gesagt, Minecraft ist Prozessor-lastig. Also, man braucht schon einen guten Prozessor für Minecraft. Also, wie schlecht muss da, also wie gut muss da Prozessor sein, dass man Minecraft mindestens spielen kann. Also, 2 Gigahertz kann, ja, mit 2 Gigahertz kann man nicht so gut spielen. Also, ab 2 Gigahertz kann man Minecraft auf einem Laptop spielen oder an einem PC. Aber, Leute, wenn ihr einen schlechten Prozessor habt, Leute, dann, ihr müsst schauen, dass ihr echt einen guten Prozessor in eurem PC habt, weil sonst bringt es einfach gar nichts, damit aufzunehmen. Weil, es wird immer nur laggen, wenn ihr eine scheiß Grafikkarte habt oder einen scheiß Prozessor. Ich habe jetzt auch nicht so guten Prozessor, also, ich bin damit zufrieden. Es ist ein AMD FX 6300, habe ich schon erwähnt. Und ich habe ja nicht eine GTX 960. Das ist halt so. Aber die AMD FX ist ja schon ein guter Prozessor. Es ist jetzt nicht der beste, muss ich schon sagen am Anfang. Also, besser, er nimmt einen Intel Prozessor, aber ich wollte jetzt nicht so viel Geld ausgeben. AMD ist da auch nicht schlecht. Ich glaube, ich weiß, wieso Intel teurer ist, weil da noch eine Grafikeinheit dabei ist. Es braucht man einfach, ich habe einfach alles Äpfel gemacht, alles Äpfel gemacht. Egal, brauche ich sowieso irgendwann mal, aber nicht so viele, weil ich kann dem mal einen Stack geben. Soll er mal ein bisschen was. Ich brauche auch selber nicht alles. Ich gebe dem auch mal was. Ich nehme das hier noch. Weil ich brauche nicht alle. Ich habe mir was gegeben, einfach. Ich schreibe mal neben mir auf. Mal schauen, was die Leute sagen. Dann, was brauche ich noch? Ja, okay, das kann ich ja nehmen eigentlich. Weil ich muss ja noch was machen. Also, ist nicht von meinem. Alter, Rote hat nur mal einen. Und Grün auch. Nice. Auf gelb müssen wir aufpassen. Hey, wir haben nur drei von drei. Das kann gar nicht sein, normalerweise. Drei von drei. Wieso sind beim anderen vier? Das ist irgendwie ein Bug. Also, bei der anderen steht drei. Bei der anderen steht vier. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Ist wahrscheinlich ein Bug. Also, DustMC, bitte behebt das. Weil ich habe jetzt hier so viele Spitzhacken. Egal. Ich habe jetzt einfach mal was gemacht. Ich habe geschrieben, ich nehme auf. Keine antwortet einfach. Was haben die in den Chat, Mann? Oder geht das auf den Server nicht mal? Oder kann ich die einfach nicht schreiben? Also, frage ich mich jetzt ganz ehrlich, bis zu den nichts schreiben. Nicht mal einer von denen. Und, ja. So. Ey, Grün ist raus. Nice. Was brauche ich noch? So, ich mache ein bisschen Fleisch auch noch. Braucht man ja auch noch. Blöcke brauche ich aber noch. Da unten ist das Eisen. Ich habe drei Eisen. Ich brauche aber Bronzen noch. Wo ist das? Achso, da. Und was machen wir noch? Acht Silber braucht man dafür. Dann hat man halt mehr. Dann hat man halt ein Holzschwert. Kettenhemd hat man dann auch. Okay. Egal. Dann, warte mal. Was brauchen wir noch? Was wollte ich jetzt machen? Blöcke, genau. Brauchen wir auf jeden Fall Blöcke. Leute, das sind sehr wichtig. Weil sonst kommt man einfach nicht voran. Alter, die bauen ja eine richtige Base hier. Der Block ist noch gar nicht abgebaut. Das freut mich. Gehen wir mal rauf. Alter. Schick, schick. Die Base. Ist schon mal geil. Wir müssen das hier so ausbauen, damit die... Hoppala. Tut mir leid. So. Das passt schon. Hier muss man rauf haben. Da kann man nicht drauf gehen. So. So, jetzt ist das besser gebaut. Jetzt kann da wirklich keiner mehr rauf. Jetzt passt das alles. Ich baue es hier noch ein bisschen die Base. So, jetzt. Jetzt passt das. Jetzt können da die Leute rauf. Und ich brauche noch ein paar Blöcke. Ich baue es einfach ein bisschen an der Base. Der macht gar nichts. Ist der gestorben? Ja, der ist gestorben. Ich habe gedacht, was macht der denn da? Wir brauchen Blöcke. Da. 50 Blöcke. Das passt. Und ja. Das Gastgearer-Video war eh nicht so geil. Deswegen. Ich weiß, jetzt liegt eh nicht mehr benutzen dann. Weil dann kann nichts passieren. Ich will, also Leute. Ich wollte mal sagen, also eigentlich durch den Lapp, glaube ich mal, das Lied nicht benutzen. Da steht irgendwas mit Urheberrecht. Verletzungs-irgendwas so. Deswegen habe ich das einfach das Video gelöscht. Und das Video war eh nicht so geil. Die Gelben. Scheiße. Ein Gelber ist da oben, gell? Ist hier ein Gelber? Man kommt da einfach nicht rauf. Hier muss aber ein Gelber irgendwo sein. Hier oben. Ich habe gerade die Vermutung, dass hier bei unserer Base jemand ist. Hier sehe ich irgendeinen Namen. Das ist ein Bug noch immer. Von Team Rot. Der ist schon raus. Team Rot ist eh schon raus. Also bringt es nichts. Team Rot ist ja auch schon raus. Den Respawn-Block kann man aber trotzdem noch abbauen. Ich baue den Block einfach trotzdem ab. Weil dann kriegt man Punkte. Ich will eh ein bisschen mehr. Punkte. Bam. Schau mal, kriegt Punkte dafür, Leute. Das habe ich jetzt einfach gemacht wegen den Punkten. Weil ich will ein paar Punkte haben. So, ich habe den einfach jetzt auch mal abgebaut, damit die, damit da nichts mehr passieren kann. Damit die da nicht rüber gehen. Und ich würde dann, dachte ich so, kann ich ja den Block selber abbauen. Weil da lebt eh keiner mehr. Ja, heute habe ich mir Bad was aufgeschrieben. Morgen kommt, äh, was habe ich mir morgen aufgeschrieben? Morgen kommt 1 vs. 1 auf Timolia. Ja, ja, endlich wieder auf Timolia werde ich ein bisschen aufnehmen. Ja. Habe ich mir vorgenommen. Für morgen. Und freut mich. Ist ja unten der Block, gell? Hä, wo ist der Block überhaupt? Was macht der? Wieso springt er da runter? Zu mir. Sorry. Oh Mann. Bei Gelb leben auch noch 3. Joa. Ist, passt schon, passt schon. Ähm. So, schauen wir mal, was hier abgeht. Mir kommt immer so vor, jemand will zu uns kommen. Also, ich glaube, es wird bald immer zu uns kommen. Aber die Gelben machen hier gerade gar nichts. I love skills ist da unten. Haben die Gelben Angst oder kommen die nicht? Ich frage mich echt, wieso die nicht kommen wollen. 14 Minuten geht das Video schon. Scheiße, Leute. Ich wollte eigentlich gar nicht bei etwas aufnehmen, weil das immer so lange dauert. Ich hoffe, die Runde geht jetzt schnell zu Ende. Weil, das ist halt ein längeres Video. Ich hasse bei Bad Wars, das dauert immer so lange. Ich wollte Quick Bad Wars hochladen. Aber, weil da war irgendwie keiner drin, deswegen ist es gerade 15 Uhr. Ich hoffe, ich schaffe das Video heute noch. Aber das wird heute auf jeden Fall hochgeladen. Ob bei meinem Bruder ein Video kommt. Also, ich weiß nicht, ob mein Bruder auch noch heute was. Also, Playstation wird heute, glaube ich, nicht mehr kommen, weil das Video eh schon so lange gedauert. Und deswegen muss ich halt auch morgen hochladen. Ich lade immer einen Tag später hoch, aber weil ich es einfach die ganze Zeit nicht schaffe. Aber wenigstens kommt das Video dann irgendwann. Die Blöcke, ich nehme ein paar. Ha. Ha. Genau. Ha. Was der macht. Der Dorfbewohner. Sieht im T-Jab-Ex so komisch aus. Aber ist halt normal. Also, Leute, ich gebe euch wirklich einen Tipp. Ihr braucht wirklich einen guten PC, um Videos aufzunehmen zu können. Also, ihr braucht echt einen guten PC dafür. Also, es geht zwar mit einer nicht so guten Grafikkarte. Also, 100 Euro für eine Grafikkarte oder 150 Euro sollte auch reichen, damit ihr eine gut aufnehmen könnt. Also, ihr braucht euch keine Sorgen machen, wenn ihr nicht so einen guten PC habt. Ihr braucht jetzt nicht den besten Ultra-PC, aber ihr könnt schon, ihr braucht... Es solltet schon einen guten PC haben, wenn es geht. Also, mindestens ein Prozessor mit 2,8 GHz braucht er mindestens. 2,8 oder 3 GHz mindestens. Weil sonst bringt das nicht viel. Und eine Grafikkarte braucht er mindestens eine GTX 750, glaube ich. Oder 670 oder so irgendwas. Also, ihr braucht mindestens eine GTX. 660 ist auch gut, aber ist schon etwas veraltet. Also, ich würde euch empfehlen, kauft euch die GTX 750. Ist zwar nicht so gut mehr, aber für Aufnehmen reicht die. Also, habe ich zwar jetzt nicht, aber... Weil ich wollte die nicht haben, weil die nicht so gut ist. Weil ich kenne einen Typ, der hat gerade die GTX 960 aufbekommen. Vor ein paar Monaten. Und deswegen... Oder vor ein paar... Ja, vor zwei Monaten so. Und deswegen habe ich mir so gedacht, Man kann ein Gold kaufen. Okay, ich habe mir jetzt einfach mal ein bisschen Gold gekauft. Zwei Gold. Ich brauche drei Gold. Alter, nice. Man kann sich Gold kaufen. Wie geil ist das denn? Wir gehen zu den Gelben jetzt, Leute. Jetzt müssen die Gelben auch mal daran glauben. Alter, Scheiße. Die kommen jetzt, oder? Einer ist down. I Love Skills ist aber richtig gut, glaube ich. Ah, ich gebe dir eine Combo. Down. Alter, der hat ein richtig guter Schwert. Ah, Scheiße. Einer ist down. Alter, ich habe einen down gemacht. Also eingekillt. Wie lang geht das wieder schon? 18 Minuten, Alter. Was ist da? Scheiße. Geh mal, was ist. Wissen nicht. Ich weiß. Die anderen sind ja nur zwei. Ich habe einen runtergespielt. Ja. Also das Video wird auf jeden Fall heute hochgeladen. Egal. Egal wie lange es dauert. Nein, ich weiß nicht. Wenn hier nichts kommt, dann kann ich nichts dafür. Weil ich will heute ein Video rausbringen. Ja, wenn es geht. Ja, Leute, wir können ja nicht so viel wie das hochladen. 1 oder 2 pro Tag reicht. Weil ich lade nicht. Da kann man mehr hochladen. Ja, das würde ich gerne. Aber da müsste ich mehr zu zahlen. Ja, wenn ich ihn. Ja, ist halt leider so. Zocken, oder? Ja, Skype, 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 Skype. Ja, ey, Konstantin, äh. Früher hat der GameIP gezockt, also. Ja, wie bist du bitte auf dem Server? Hast du nichts geschrieben? Wieso machst du nichts so und dann schreibst du irgendwas? R und dann. Slash R und dann irgendwas schreiben. Ja, weil der GameIP selber mal spielen und nicht immer nur skypen. Also der GameIP spielt immer auf den Account auf meinen, immer weil er gebannt ist von Gomme. Wegen irgendeinem Typ, ich weiß nicht. Ja, weil irgendein Typ halt mit dem Account gespielt hat und gehackt hat. Mann! Ja, man! Ich bin... Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020